Gar nicht geil, man. Jetzt fäll ich wieder zwei Stunden vorm XP-Waff. Ja, der bleibt, man. Ich sag's dir. Ja, ich bin nicht. Ich schalte die eben weg und dann kann die sich verpissen. So ein Ding ist das jetzt. Ich muss das Dungeon noch fertig machen. Ich bin Tank hier grad. Alles gut, ich bin am einloggen. Wir gehen direkt raus, gleich steht. Vorne? Guck erst mal, wer halt ist man. Wenn halt fuck Conan ist man, dann werden die eh komplett aus dem Leben gezimmert, Alter. Schau mal hier. Pavages. Der 3K-Or-Rustplayer hab ich gesehen, der hat irgendwie 300 Stunden in dem Game, also. Da hat die nicht unterschätzen. Erst mal gucken, was die drauf haben. Komm direkt raus, okay? Oh, Sandstummuskel. Ja. 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 Ja, um zu testen. Wenn ich sterbe, dann... oder wenn wir halt hart aufs Maul kriegen, dann würde ich halt rum. Ja, das schaffen wir, Alter, oder? Welche Seite? Richtung Obelis? Oh, Digga, das wird so lecken, Alter. WoW noch nebenbei auf. Ja. 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 Ich bin da draußen. Ja, Flame, eben kurz jetzt zu diesem Ausdruck. Ja, Barron. Ja, Mann, 28 m her ist klar. Ich bin da draußen. Ja, war die Panzer, um was zu kommen. Okay. Wie die oben? Nice. Ich bin reingefallen. Ich kack. Echt? Ja. Hier. Ist die oben? Weiß noch nie da oben, Digga. Aber das sind nur Katana-Wichser, oder was? Oh mein Gott, ich will durch die Hand. Okay, eigentlich nur zwei. Der Ball hat noch irgendeiner. Naja, Digga, ich kann nix hinten, Alter. Ich spiel mit 20 FPS. Aufsächliche Katana-Witzgröner. Naja, richtig schlechte Spieler, Digga. Boah, war auch die andere Dings eigentlich? Naja, jetzt sind fünf, Digga, anscheinend. Verbombt noch einer. Oh, ich geb den zweiten Boss. Ich klicke nix durch. Ich geb unten. Nice. Naja, hier bombt einer noch, Alter. Ganz entspannt, Digga. Lass mal den wegkauen. Was, Player Knocked Out? Hä? Was? There's one. Das gibt's nicht, Digga. Oh mein Gott, Alter. Lass hier oben fighten, Digga. Die können hier oben nix machen. Weniges Sachen sind scheiße. Ich geh halt nur aufs Maul. Wo ist Thor? Ah, der ist schon arbeiten wahrscheinlich. Müssen wir auf jeden Fall Anti dort holen, Mann. Und eigentlich die O.W. schließen. Okay, der eine ist one. Einer ist one oben. Digga, der ist one. Du musst zu mir kommen. Unbedingt, Digga. Wir müssen das zusammenspielen, jetzt. Was kacken wir ab, Mann. Wird schon ein bisschen tot, Digga. Ich kann... Okay. Das ist halt super Aids, Mann. Das Nektar bei mir die Scheiße war. Der kann nicht knicken. Ich spam nur mit Axt rein. Ein Anti-Lot. Was, Player? Nur noch Hälfte. Was, Player One? Dead. Oh, ich... Zweites Lock. Ah, fuck. Er hat mir ein Overhead gegeben. What the fuck? Ich bin dead. Skill um. Skill um. Jaja, auf jeden Fall. Muss ich... Das tut an die Netflix-Sendern, Alter. Ist ja abnormal, Digga. Aber egal. Der ist dead. Digga, ich hab gerade einfach... Guck mal, wie viel Sache ich drauf hab. Ich kann das jetzt auch nicht alles schließen. Dann hängt es wieder zehn Stunden in der Key. Ja. Ja. Action! Hey, cool. Ey, ich guck kurz, was ich hier skillet bin. Ich glaub ich bin... 20 AG-Rang. 15. Da sind wir noch. Brauchst du noch Anti dort draußen? Dann leg ich noch was in die Kiste. Ich nehm mal auch ein paar Heels mit und sowas. Ja, hab ich eben auch gehabt, Alter. Zweimal, dass sie nicht genannt sind. Ja, hab ich eben auch gehabt, Alter. Oh nein. Oh nein. Boah, krass, was ist abgewissen. Okay, wir haben hier vorne irgendwo noch Dings, ne? Obwohl ich pack's in die Vault. Vault is safe, als sie gibt es hier. So ein Stück... Maske, pack ich die hier über ins auch rein. Oder soll ich die so droppen? Nein, äh, liegt in der Vault. Achso, hier sind auch Küsten. Da ist okay. ich kann jetzt eigentlich rauskommen wir machen erst mit oder eine kommt auch ich gehe nach oben gar keinen bock morgen zu reparieren doch die sind schon ein bisschen alter sind schon ein bisschen der mit seinen scheiß overhead was ist da los bei ihm 4 aber ich glaube 2 2 sind tot oder 3 der hoschi der ist runtergefallen er ist so dumm alter er ist einfach tot okay hier ist aber noch irgendwo einer ich also habe einen was was no Oh, diese Leute sind schwer. Hüte ihn. Hüte ihn. Hüte ihn. Hüte ihn. Hüte ihn. Hüte ihn. Hüte ihn wieder. Er hat nicht mehr 10. Ich habe ihn nicht. Er hat ihn nicht mehr. Er hat ihn nicht mehr. Okay. Der hat ihn nicht mehr. Okay, roll. Okay, roll. He's rolling a lot. What? Bring him to me. I just don't know where this hit is. Oh, he's super low. Come on, bro. Come on. B, where are you? I wanted to go around. He was like... Yeah, yeah, yeah. Okay, okay, okay. You're probably doing something. I'm so bad. Don't throw it. He's gonna roll. He's gonna roll. Can you see it? He's gonna roll. Can you see it? I'll dodge them. He's low. Yeah. Okay. Yeah, but push it. He's running around, do you? He's running around. I don't know how you can see it. Oh, double jump? No. What does it look like? Oh my god. Oh, look at this. Yo. Nice. Juicy. Ich barf mich wieder eben und dann... Keine Q, ey. Fack, was sind das für welche? Nice, sind das Chups, oder was? Auf welcher Seite? Ich roll da lang. So umdrein, Map Room, oder? War ich im Park? Oh, nice, das ist trying, ey. Warte um die Uhrzeit, ey. Eine Stunde spät. Ist das größere Klan C, oder? Oh, da ist einer! Alter, da ist ein Pflanzenpassager hier, oder bist du das? Ich habe fucking... Traurige Aktionen. Hey, Klaus ist hier am Start. Klaus ist am Fallschaden, und ich auch. Irgendwie... beide am Fallschaden, aber das war irgendwie ne... The fuck, ich bin genau an der selben Stelle aufgeklatscht wie er, aber das sah echt weird aus, warte. Ich kann mich aber looten, alles gut. Der Klaus ist auch verreckt. Okay, das sind echt noobs, man. Okay, das sind echt noobs, man. Nice. Und?